So, mein Job. Ich habe eine Funktion, soll sie ableiten und 0 setzen. Das ist eine Quotientenregel von x, Nutz-Zahn. Also was haben wir? Unten, also unten Nutz-Zahn, also Nennerquadrat, da wird quadriert. Nenner mal abgeleiteter Zähler, also x mal abgeleiteter Zähler, 1 durch x minus Zähler mal abgeleiteter Nenner, mal 1. Ist gleich. 1 mal, also 1 durch x mal ist das, es gibt eine 1, dann lnx und ein x². Jetzt, f' von x gleich 0. Da genügt es ja, den Zähler 0 zu setzen. So, Zähler gleich 0. Wenn der Zähler 0 ist, ist alles 0. Also 1 minus lnx gleich 0. ln rüber, 1 gleich lnx. Wer es, wer nicht nachdenken mag, den ln zerstört man mit e hoch auf beiden Seiten. Ja, e hoch, e hoch. Dann habe ich hier e hoch 1 ist e hoch lnx. Und e hoch ln fällt weg. Dies ist wie Wurzel und Quadrat. Das, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Dann schreibe ich es da hin. e gleich x gewonnen. Und das hätte man vielleicht auch an der Stelle schon sehen können. Ja, also wann ist der, der ln, das ist so eine Funktion. Und der ist, wenn ich hier e einsetze, dann bekomme ich den Punkt 1. Also diesen speziellen. Der ln hat zwei Punkte, nämlich den 0 Punkt. Also 1, 0, 1, 0 und e 1, die beiden Punkte, sollte man persönlich kennen.